Der Meister und Kunde König treffen sich zur Abnahme der Installation. Zuerst begutachten sie die ausgeführten Arbeiten. Alle Zeichnungen und Messprotokolle erhält der Kunde in einem Ordner und in elektronischer Form. Danach weist der Meister den Kunden in die Anlage ein. Ja, König, und hier das Patchfeld im Schrank, so wie wir es besprochen haben, ist eigentlich alles in Ordnung. Die Dokumentation haben Sie gesehen, wir haben alles überprüft. Also können wir auch das Abnahmeprotokoll unterschreiben. Wir haben keine Mängel gefunden. Der zufriedene Kunde unterschreibt dem Meister das Abnahmeprotokoll. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ja, okay, tschüss. Abschließend erstellt der Meister über die gesamte Installation eine Rechnung. Mit der Nachkalkulation überprüft der Meister Einnahmen und Ausgaben. In der Folge überprüft der Meister den Zahlungseingang des Kunden. Der Auftrag ist damit abgeschlossen. Die Nachkalkulation überprüft der Meister und die Nachkalkulation überprüft der Meister. Die Nachkalkulation übercommerce. Ich bedanke mich geworfen. Und die Nachkalkulation überprüft der Meister. Vielen Dank.